Die politische Woche, der Talk. Ich habe diese Woche das Thema mitgebracht von den düsteren Aussichten, die die verschiedenen Index für die Industrie und die Wirtschaft generell mit sich bringen. Und ich bin überzeugt, dass wir da jetzt die Weichen stellen müssen, dass wir möglichst lange nicht in eine wirtschaftliche schwierige Zeit fallen und eigentlich die zwei guten Wirtschaftsjahre, die wir jetzt haben und keine haben, noch möglichst lange antauern. Vielen Dank.